In diesem Video lernen Sie, wie Sie eine bestehende Vorlesungsaufzeichnung mit einer Folienpräsentation ergänzen. Für dieses Tutorial benötigen Sie ein Laptop oder PC mit der Software Camtasia, Ihre Vorlesungsaufzeichnung und außerdem die Präsentation, mit der Sie die Aufzeichnung ergänzen möchten. Wenn Sie mehrere Vorlesungsaufzeichnungen ergänzen wollen, ist es wichtig, die Übersicht über alle Dateien zu behalten. Deshalb legen Sie im ersten Schritt einen Projektordner an. In diesem Ordner legen wir weitere Unterordner an. Für die Medien, also die bestehende Aufzeichnung und die Präsentation, für die Camtasia Projektdatei und für das später fertig ausgespielte Video. Öffnen Sie nun die Software Camtasia und wählen den Punkt Neues Projekt aus. Als nächstes gehen Sie zum Reiter Datei Speichern unter. Benennen Sie Ihre Projektdatei und speichern diese in den dafür bereits angelegten Ordner ab. Jetzt importieren Sie die Aufzeichnung und die Präsentation in das Camtasia Projekt. Dies funktioniert ganz einfach per Drag-and-Drop oder über Datei, Importieren, Medien. Die PowerPoint-Präsentation wird dabei Folie für Folie importiert. Als ersten weiteren Schritt ziehen Sie die Videodatei der Vorlesungsaufzeichnung an den Anfang von Spur 1 in die Timeline. In der Timeline legen Sie alle Medien ab, die im späteren Film zu sehen sein sollen. Der Timeline-Marker zeigt dabei immer das Bild an der ausgewählten Stelle zur ausgewählten Zeit an. Mit dem Play-Button unter der Leertaste startet die Wiedergabe des Films. Durch Verschieben des Timeline-Markers gelangen wir an eine gewünschte Stelle im Video. Zunächst prüfen Sie, ob Anfang oder das Ende der Vorlesungsaufzeichnung noch gekürzt werden muss. Hierfür spielen Sie den Clip mit der Leertaste von Beginn an ab und stoppen ihn wieder mit der Leertaste. An exakt der Stelle, an der das Video später beginnen soll. Bei Bedarf können Sie durch Verschieben des Timeline-Markers noch nachjustieren. Zum Schneiden des Clips, auch Trimmen genannt, bewegen Sie die Maus an den Anfang des Clips bis das doppelte Pfeilsymbol erscheint. Dann halten Sie die Maustaste gedrückt, ziehen den Clip bis zu der Stelle, an der das Video später beginnen soll und lassen die Maustaste wieder los. Jetzt können Sie den Clip wieder an den Anfang der Timeline schieben. Wenn nötig, führen Sie diesen Vorgang ebenso am Ende des Videoclips durch. Im nächsten Schritt fügen Sie die Folie der Präsentation an den entsprechenden Stellen der Präsentation ein. Spielen Sie den Videoclip mit der Leertaste ab und stoppen an gewünschter Stelle. Jetzt ziehen Sie per Drag & Drop die passende Folie an die ausgewählte Stelle. Legen Sie den dabei entstehenden Folienclip in die Timeline-Spur über dem Vorlesungsaufzeichnungsklip. Die sorgt dafür, dass an dieser Stelle die Folie statt dem Sprecher zu sehen ist. Denn im Film ist immer der Clip aus der obersten Spur zu sehen. Wie lange die Folie eingeblendet werden soll, legen Sie durch Trimmen des Folienclips fest. Genau so, wie Sie es bereits mit dem Videoclip getan haben. Damit die Folieneinblendungen nicht zu hektisch werden, achten Sie bitte darauf, dass die Folien entweder nahtlos aneinander anschließen oder mindestens 5 Sekunden Abstand voneinander haben. Verfahren Sie mit den restlichen Folien genauso, bis Sie den gesamten Vortrag angereichert haben. Achtung! Sollten Sie noch mit einem 4 zu 3 Folienformat arbeiten, füllt dieses das 16 zu 9 Standardformat für Bildschirme nicht aus. In diesem Fall scheint links und rechts der Folie die darunterliegende Vorlesungsaufzeichnung durch. Um dies zu verhindern, legen Sie eine weiße Fläche im 16 zu 9 Format unter die Folien. Markieren Sie nun alle Folien in der Timeline und schieben diese eine Spur nach oben, sodass zwischen Folie und Vorlesungsaufzeichnung eine Spur frei bleibt. Jetzt erstellen Sie ein weißes Viereck. Dafür wählen Sie unter Anmerkungen, Formen, den Stil alle aus. Ziehen das Viereck ohne abgerundete Ecken in Ihre Timeline und ändern die Größe, damit dieses Bild füllend ist. Anschließend können Sie das Viereck auf die Länge der Folie trimmen und legen dieses unter jede weitere Folie. Um das Video auszugeben, werden Sie im Reiter weitergeben, lokale Datei aus, nur MP4 bis 1080p und klicken auf Weiter. Geben Sie der auszugebenden Datei einen Namen und speichern Sie diese im angelegten Ordner Ausgabe. Klicken Sie auf Fertigstellen, sodann wird das Video ausgegeben und nach der Fertigstellung abgespielt. Ist die Ausgabe korrekt, speichern Sie Ihr Projekt und schließen es. Jetzt ist die angereicherte Vorlesungsaufzeichnung bereit, online zur Verfügung gestellt zu werden. Fassen wir die nötigen Schritte noch einmal zusammen. Ordnerstruktur anlegen. Projekt anlegen und Medien importieren. Aufzeichnung zuschneiden und mit den Folien synchronisieren. Zusammengesetztes Video ausspielen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Stellen Ihres Videos.